Servus, ich bin der Olli von der Handelsverletzung HAG und heute möchte ich euch den Ladesäulenmessadapter von der Firma Fluke und BH vorstellen. Mit dem Prüferdapter wird ein Auto an der Ladesäule simuliert und über den ersten Wahlschalter stelle ich die Strombelastbarkeit ein. Über den CP-Wahlschalter kann ich den Ladestatus an der Säule simulieren. Das Fahrzeug ist gesteckt, das Fahrzeug wäre ladebereit, das Fahrzeug wird geladen. Sobald das Fahrzeug lädt, bekomme ich über die drei LED-Anzeigen eine schnelle Information, ob Spannung anliegt. Jetzt kann ich auch über die Anschlüsse meine erforderlichen Messungen durchführen. Über die Taste CP-Fehler und PE-Fehler wird eine Störung im Kabel simuliert. Der Ladevorgang wird sofort abgebrochen. Mit der separaten Steckdose im hinteren Bereich kann eine Last angeschlossen werden, um den Zähler in der Anlage zu prüfen. Über den CP-Ausgang lässt sich die Kommunikationsspannung zwischen der Ladesäule und dem Prüferdapter auch mit dem passenden Oszilloskop anzeigen. Wollt ihr eine Vorstellung vor Ort? Kontaktiert uns, ich komme euch gerne besuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben oder Sie kontaktieren uns direkt und wir besuchen Sie auch gerne vor Ort. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Kein Video verpassen, einfach unseren Kanal abonnieren. Servus, bis bald, euer Olli.